Hallo meine Lieben, hier haben wir etwas für 54.000 und wir haben auch für 40.000 was mit drei Zimmern, aber das ist halt dann in einem sehr alten Haus und da kann man die eigene Wohnung noch so schön renovieren. Das wird halt, da muss man das Haus mit gleich renovieren. Hier 54.000, drei Zimmer, hier ist das Treppenhaus, hier euer Balkon, wurde schon mit Fenstern zugemacht. Hier Küche und Wohnzimmer, hier ist das Bad, das Gebäude ist über 15 Jahre alt, hier eines der Schlafzimmer, die Möbel und so sind zwar alles dabei, aber wie ihr seht, alles etwas älter. Hier das andere Schlafzimmer. Achso, da geht dann um die Ecke rum. Achso, jetzt habe ich gedacht, das ist nur hier dieses Stück da, das ist praktisch hier, das ist die Küche. Das war eine Wohnung, die kostet 89.000, die tue ich gar nicht mal rein, weil die zu teuer ist und direkt am Meer und im Erdgeschoss. Ja, die tue ich gar nicht rein. Ich zeige es euch mal kurz nur mit einem Klo und ich habe jetzt hier das Bild, und hätte praktisch hier, hätte die alte Wohnung aufgehört für 54.000 und diese Dreizimmerwohnung kostet 89.000 und ist halt topmodern, aber habe ich gar nicht, tue ich gar nicht rein, Leute, tue ich gar nicht rein, weil dann muss ich mir wieder anhören, so eine teure Wohnung, was soll denn das, verdienst du da 50.000? Und danach, ich tue sowas gar nicht rein, dass auch gar kein blödes Gelaberer anfängt. Und hier, diese kostet 54.000, wer möchte, kann ich hier zulangen. Die ist sogar größer als die für 89.000, hier diese hier für 89. Und schau mal her, das ist jetzt hier das Wohnzimmer, aber es schaut aus wie die Küche. Ja, das ist viel zu klein. Versteht ihr, ich tue euch solche Objekte gar nicht mal anbieten. Ja, seht ihr das, ja, da kommt der Fernseher hin und links daneben ist die Küche, das geht nicht. Das müsste etwa noch zwei, drei Meter Abstand haben, dann würde ich es reinstellen. Dann würde ich sagen, das ist keine eigene Küche, weil das schaut aus wie eine eigene Küche, ist das aber nicht. Das ist mit Wohnzimmer. Und auch die Schlafzimmer schauen zu klein aus und 89.000, nein, mache ich nicht. Tue ich nicht rein. Und dann ist das Problem, die ist direkt, pass mal auf, hat nur ein Bad und ist direkt an der Hauptstraße. Seht ihr das? Und ihr seid auch noch im Untergeschoss. Also ihr kriegt voll den Lärm ab. Ja, da ist nichts mit Balkon mal in Ruhe eine Zigarette rauchen. Das ist direkt an der Hauptstraße. Also deswegen tue ich sie gar nicht rein. 89.000, nee, und dann, ich sei dann ewig unzufrieden. Wenn einer das unbedingt haben will, mache ich es nicht mal, dann mache ich das. Ja, so und jetzt hier nochmal die für 54, die ruhiger gelegen ist. Die ist auch größer. Schaut mal her, die Schlafzimmer sind größer. Und wenn schon die Küche im Wohnzimmer ist, dann sollte es auch größer sein. Ja, und ihr seht es hier, wir sind hier im zweiten Stockwerk und haben genug Abstand zu den parkenden Autos. Also Erdgeschoss empfehle ich wirklich niemanden. Vielleicht in einer City schon, weil da fahren keine Autos vorbei, laufen keine fremden Leute am Fenster vorbei. Hier schaut also hier, die Küche ist links und rechts, das Wohnzimmer hat etwas mehr Platz als bei der 98.000 Wohnung. Okay, hier mal, das war nur meine Meinung. Ihr könnt alle machen, was ihr wollt, das interessiert mich nicht. Ihr könnt machen, was ihr wollt, okay? Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Video. Ja, ach so, ihr könnt natürlich machen, was ihr wollt. Aber kommt dann nicht zu mir mit den Problemen, die ihr woanders habt. Wenn ihr irgendwie Probleme mit anderen Maklern habt oder was auch immer, das interessiert mich nicht. Das ist euer Ding. Manche, ich habe es schon oft genug erlebt. Und nein, ich habe keine Zeit, tut mir leid. Ich habe nur Zeit für meine Kunden und für meine Gäste, für meine Kunden. Und bei uns hat es immer geklappt, auch mit Aufenthaltserlaubnis, mit dem Gesamtpaket. Und wer es woanders machen will, wer es selber machen will, kann er machen. Macht es ruhig. Aber lasst mich dann in Ruhe. Danke, tschüss.